Hallo miteinander, ich bin der Achmed, bin vor kurzem 18 geworden, Spaß, bin Junge 36 und der Inhaber von 4Players. Und heute stellen wir euch die Weihnachtstrends 2019 vor. Einer der Trends ist nach wie vor die Playstation 4, ist immer noch sehr beliebt. Anschließend folgt die Nintendo Switch, die ist vor allem bei den Kindern sehr beliebt und das optimale Weihnachtsgeschenk. Die Trends bei den Videospielen sind mal für die Nintendo Switch Super Smash Bros. FIFA 20 ist jedes Jahr ein Topseller und heuer die größte Überraschung war das Need for Speed. Für die Profi-Zocker kann ich den neuen Xbox One Elite-Controller empfehlen. In Kooperation mit 4Players in Dombien verlosen wir von Follity folgende Produkte, meine Damen und Herren. Einmal das ganz neue, niegelneige neue NFS Need for Speed Heat. Dazu noch einen neuen Playstation 4 Controller. Und für die Jüngeren unter uns, beziehungsweise für diejenigen, die gerne Fortnite spielen, haben wir Fortnite-Sticker und eine Fortnite-Spitzhacke, die man nur mit dem Code, der hinten angegeben ist, bekommt. Amit, vielen, vielen Dank für die Geschenke. Kein Problem. Du hast aber für unsere User, beziehungsweise für die Leute noch ein Special und das wäre? Genau. Also vor kurzem haben wir unseren Online-Shop eröffnet unter www.4players.at. Könnt ihr es gerne besuchen, ich würde mich freuen. Und bei eurer ersten Bestellung könnt ihr einen Gutscheincode einlösen im Wert von 10 Euro. Der Code lautet Habibi, also ganz normal ausgesprochen Habibi. Einfach eingeben bei der Bestellung und schon habt ihr 10 Euro gespart. Und wie ihr mitmachen könnt, ist ganz easy. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu den Ländle-Punkten verlinkt. Einfach draufklicken, bei den Ländle-Punkten vorbeischauen. Auch bei uns bei Follity sind die Ländle-Punkte verlinkt. Ich wünsche viel, viel Glück und für diejenigen, die gewonnen haben, viel, viel Spaß mit den Geschenken.